Und ich würde Sie jetzt bitten, meine Herren, zumindest mal den Chor zu spielen. Den Refrain haben Sie mit Sicherheit drauf, der ist nicht allzu schwer. Wir kommen nach Berlin, wir kommen nach Berlin, kann sogar ich. Und jetzt... Ach, ist nicht ganz richtig, Carsten. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach... Siehst du, noch nicht mal das kann ich. Das ist unglaublich. Meine Herren, gehen Sie drüben rüber. Ich glaube, ihr sollt da den Chor bilden. Und dann kann ich das Ganze nämlich nochmal offiziell ansagen. Sie haben nicht weiter geübt, liebe Zuschauer zu Hause, sondern können sich noch ganz genau an den Monat November erinnern. Und da haben Sie den Text zum letzten Mal gesungen. Also, die Gruppe Hardware plus Trainer und Spieler von Hannover 96 mit Wir fahren nach Berlin. Stimmt ja. Los, holt euch den Kotz, das wäre ein Riesen-Triumph. Ob Lautangler verbringen, das ist uns egal. Wir werden gewinnen, so wie jedes Mal. Der Berliner Bär tanzt an der Leine. Hannover spielt verwendet, völlig ausgeflickt. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, 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 wir kommen. Berlin, 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 Berlin Ob Jubel, Inter, Real, das ist uns egal. Wir werden gewinnen, so wie jedes Mal. Und 60.000 frei für unseren Verein. 96 eher noten, schöner kann's nicht sein. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir kommen. Na na na, na na na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Die Zeit der Träume ist es vorbei, alles liegt in unserer Hand. Der Fischler wird staunen, von Bayern München bis zur Wurterkern. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, 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 wir kommen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So, die Gruppe Hardware, danke euch, sehr schön.